Ich bin schwul, weil... ja, weil ich es cool fand. In der 9. Klasse, glaube ich, da war jemand schwul und da dachte ich so... Hä? Ja? Kann man mal machen. Ich meine, der Lifestyle ist schon geil. Schwule tragen immer voll die geilen Klamotten. Und ich sag mal so, da ist gerade voll der Trend. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, komm, probier es mal aus. Why not? Ob es mir gefällt? Alter, mega geil. Du, ist vielleicht auch nur eine Phase, ne? Ich meine, wie sagt man immer? Schwul ist cool, ne? What?